hallo ihr lieben herzlich willkommen ihr seht heute mal zu viert auch im ts mit unseren lieben nachbarn dem kinzipfel und nutoka wir dachten wir machen heute mal eine kleine gemeinsame stammtischrunde stammtischrunde schnippeln gleich hier unser bierchen und noch ein lütten würde ich sagen wie stehe ich hier wieder auf shift links links shift ja dann würde ich mal fast sagen hier trennen sich unsere wege ja ja wir wollen auch nicht weiter mit euch aufnehmen das gibt ein schneeball für die schneckball mein ding macht sechs herzen schaden ist doch egal so und da ich liebe leute die macht hier haben und keiner der herren in der lage ist die leute im ts zu verschieben warum was ist guck mal meine pfeile ich bin das ist das denn warum fliegen meine pfeile nicht also mich hat er erwischt unangenehm gay arrow so ich gehe mal kurz hier in den pausen na toll jetzt hat es geklappt ihr lieben ich hau euch jetzt aus dem ts ja eine wohlige aufnahme wünschen ja danke gleichfalls tschüss 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 quinsie machen wir nur toka mal ein bisschen ärgern was wie denn was denn wo denn ja jetzt ist er ganz alleine der arm oder es ist gemein okay ich schiebe dich rüber mach's gut tschüss 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 was ach hi hi da bist du ja okay ja ich habe gerade mit mir selber geredet weil du nicht im channel was ich Ich habe gerade mal gesehen, durch den Wechsel von Creative auf Survival, durch die Baufolge, ist meine Rüstung weg. Deswegen muss ich die mir nicht mal gerade ercheaten. Aber ich habe meine volle Rüstung noch. Ja, das wundert mich auch. Ich habe übrigens auch noch 60 Glowstone-Covers, die ich wegschmeißen muss, weil ich die durch OP-Richte bekommen habe. Wer die Zahlen richtig eingibt, der kriegt auch das, was er will. Glowstone bleibt auch weg. Alles weg. So, einmal das. Jetzt gleich beschweren. Was macht ihr da? Warum cheatet ihr? Ich muss nochmal ganz schnell diesen Schandfleck hier entfernen. Latest Death Waypoint. Teleport 2 ab ins Void. Nee, Delete. So, oh man, ich bin mit dem Harvester fertig. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich da gerne dran gearbeitet habe. Das ärgert dich, dass du fertig bist? Ja, weil ich habe da gerne mitgearbeitet. Ach, du hast den umgebaut. Das hast du gut gemacht. Ich habe gar nichts umgebaut. Wer hat dann Crops gepflanzt? Oder habe ich die reingepackt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist so lange her. Hui, äh, die Mutzi left game. Oh, leider. Ist so. Ach, tatsächlich, da sind Seeds drin. Okay. Äh, dann brauchen wir mehr Seeds. Seeds. Hm. Und ich sollte mir etwas zu essen besorgen. Ich werde jetzt nochmal zur Sicherheit schauen, ob ich das Ding nicht hier irgendwo in der... Beschwerde. Nee, es ist nicht mehr da. Aber es war ja nur eine Eisenrüstung, oder? Oder eine Stahlrüstung. Nein. Weil... Sag mal, warum hast du denn so eine Diamond Horse Armor mit Sharpness? Damit das, äh, äh, damit das Pferd schärfer wird? Cooling Komponent. Du hast ja seltsame Sachen. Ich wollte eigentlich nur was zu essen haben. Ähm, äh, was, 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 was? Was habe ich für Sachen? Komische Sachen hast du. Okay. Okay, inwiefern? Ähm, was war das? Ähm, äh, ein Cooling Komponent von Marie. Ja, die, die brauche ich für unseren... Ähm, 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 oh man, wenn ich jetzt ganz asozial wäre, könnte ich... Oh, ich bin auch verhungern. Gut. Äh, könnte ich was sehr, sehr Gemeines schreiben, aber das mache ich jetzt nicht. Denn ich, äh, bin heute freundlich und nett und so. Oh, das ist aber ein Head von mir. Ähm, sag mal, wo ist denn der Juicer? Ist hier nicht ein Juicer im... Ähm, längst gewesen. Der Kiste. Sonst muss ich mir gerade ein paar Steinchen machen. Oh, ich mache mir ein paar Steinchen. Ja, und so wie es aussieht, muss ich mich wieder an die Bienen und die Blühnchen wagen, ne? Scheiße. Oh. Ich habe keinen Bock drauf eigentlich. Hast du den Juicer gefunden? Ja? Ja? Nee. Nee? Nee. Aber er ist weg. Aber er ist weg. Hier ist er doch. Nee, er ist hier. Echt? Ich mache trotzdem noch ein paar Steine. Schadet nicht. Ähm. Du hast ja jetzt das Gravel 7 automatisiert, oder nicht? Yep. Y. Warum kommt denn dann nichts? Achso, das kommt so schnell aus der Large Chest wieder raus, dass man es gar nicht sieht. Ja, in der Large Chest ist eigentlich nie was drin. Gravel, Gravel. Das ist richtig. Ich teile den Gravel mal auf die drei Dinger auf, weil er den nur in der Mitte packt. Gerade. Man hört jetzt wieder meinen Rechner, es tut mir leid. Ja, das ist richtig. Ich werde mir gerade noch ein bisschen Saft praten, äh, äh, versaften. Willst du ein bisschen Saft haben? Ja, ich habe schon die Äpfel im Inventar. Hier. Zack. Nimm du die Äpfel, ich würde gern Saft nehmen. Ich nehme auch Karottensaft. Oh. Ah, der Saft hat übrigens schon hinter dir gelegen. Oh. Du musst ihn nur aufheben. Lecker, lecker Saft. Okay. Mmh, nom, 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 nom. Zack. Karottensaft. Oh, ich mache noch mal ein bisschen Saft in die, in die Futterkiste. Mach das. Saft in die Futterkiste. So. Oh. Sind schon wieder sechs Minuten rum und wir haben nichts geschafft. So, wie können wir das hier denn nochmal beschleunigen? Also der... So. Ineos Extruder würde auch locker für drei Pulverreiser reichen. Mal gucken, wie ist das hier? Ja, aber warum willst du jetzt da was beschleunigen? Wenn du noch näher rangehst, sammelst du das ganze Zeug ein übrigens. Und weil er schneller siebt, als er pulverisiert, deswegen... Nein. Doch. Definitiv nicht. Ich habe schon wieder irgendwas eingesammelt, wie nur Toka gesagt hat. Ich hasse es, wenn er recht hat. Die Dinger sind noch alle dran. Das heißt, sie kommen im Sieben nicht hinterher. Das Problem ist... Ja, ich habe das gerade aufgeteilt. Selber aufgeteilt. Ja, das Problem ist, dass die Sachen nur, also nicht untereinander verteilt werden, sondern alle in ein autonomes Activator gehen. Da weiß ich aber nicht, wie ich das ändern kann. Hm. Oh geil. Das kann ich dir leider auch nicht erzählen. Das habe ich mir jetzt bald gedacht. Hm. Das Schöne ist, durch die drei Folgen, die ich ja ausgesetzt habe, oder musste, oder was auch immer, ist hier so viel Eisen produziert worden, dass ich ohne Probleme jetzt hier weiter craften kann. Das ist ziemlich cool. Ich bräuchte dann deinen Diamanthammer. Aber die Chunks, waren die denn geladen? Als wir da hinten auf der Hauptinsel waren? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich jetzt fast ein ganzes Stack Eisern. Ähm, ich vermute mal, ja. Sag mal, was ich... Diamanthammer bräuchte ich. Ja, ich... Leintchen. Ich weiß, irgendeine Kiste. Hm. Ich, äh, scheiße, welche Kiste habe ich da so reingepackt? Oh nein, habe ich das unten im Keller gemacht? Unten, in Werkzeug. Oh Mann, der Kitzel. Oh Mann, da sind noch Äpfel in dem alten Harvester-Box. Dein Werkzeug. Dein Werkzeug ist kein Diamanthammer. Nee, nee, ich habe das irgendwo hingepackt. Wir haben übrigens ganz viel Rubber jetzt auch. Das? Oh ja, das ist gut. Ganz viel heißt 108. Ich glaube, so viel brauche ich nämlich. Oh nein. Sag nicht, der ist kaputt gegangen. Oh, das wäre echt die... Oh nein, bitte nicht. Nein, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder, die Bienchenkiste. Ja, ich spreche Rätsel. Wenn du... Ja, danke. Ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was du da redest. Ja, du weißt doch, im OP-Mode, wenn man da zu viel einsammelt, hier ist der Diamond Hammer, ähm, verschwinden die Sachen. Ganz einfach. Wenn man da zu viel einsammelt, verschwinden die Sachen. Oh, das reicht ja sogar an. Wenn man ein volles Inventar hat. Aber warum sollte ich meinen Diamant Hammer, den ich gar nicht brauche, einsammeln? Warum sollte ich ihn überhaupt wegschmeißen? Keine Ahnung. Wo liegt er jetzt? Du hast mir gesagt, hier sind. Ja, hier. Ah, okay. Bitteschön. Sehr schön. Dann futtern wir noch was und dann machen wir Eisen. Was haben wir denn noch so... Was kann ich denn... Kann ich denn hier? Kann ich denn da? Ich kann die Zauber... Na, habt ihr schön fleißig Eier gelegt? Hä? Kein einziges Ei hier gelegt? Wo sind wir denn hier? Da müssen noch andere Seiten aufgespannt werden. Ah, hat funktioniert. Sehr gut. Ähm, oh, du brauchst Sand. Ich hab grad Sand in den Siebautomaten gepackt. Ich brauch keinen Sand. Wie kommst du drauf, dass ich Sand brauche? Ich dachte, ich hätte Sand gehört, aber das ist Gravel, den du da kaputt machst. Das ist Gravel. Ja, hört sich ähnlich an. Ähm, ja... Das stimmt. Ich hab keinen Bock auf Bienchen und Blümen, wenn ich ehrlich bin. Ehrlich nicht. Ich mag die Mod nicht. Möchtest du eigentlich wissen, was ich denn in den drei Tagen, wo ihr... Bums... Alter, ging das schnell? In denen... In denen ihr hier, äh, die drei Folgen aufgenommen habt... Ja, ich hab gehört, du bist... ...gemacht hast. Oh, hast du ohne mich aufgenommen? Du kleiner Frechdachs. Ja. Aber kein Sky-Solated. Ich dachte... Nein. Sondern? Der hat denn so einen Müll erzählt. Hab ich wohl falsch verstanden. Ich weiß es ja schon. Was hast du denn gemacht? Ich hab Tutorials über Hochofen und den Tiefentank gemacht. Ein neuer Mr. Tutorial hier, wa? Ja, ich hab halt, äh, lange gebraucht, wieder was Gescheites zu finden. Und da hab ich gedacht, hey, das möchte ich meinen Zuschauern nicht anmuten, äh, zumuten, dass die auch so lange suchen müssen. Und dann hab ich selbst eins gemacht. Mh... Naja, hat sich natürlich wieder selbst gemacht. Sehr gut. Eigentlich ganz cool geworden. Hier, ich hab da was für dich. Und halt eine, äh, Flaxen-Folge hab ich noch gemacht, wo ich einfach nur Bullshit gemacht hab. Die war auch ganz cool. Ich hab mich, ähm... Na gut, spoilern ist es ja eigentlich gar nicht mehr, weil die Folgen sind ja schon draußen. Ich hab mich ungefähr, äh, 300, ähm, Felder in die Luft katapultieren lassen. Mhm. Ich hab quasi eine Senkrecht-Startanlage gebaut aus Bounce-Pads. Hm. Ich muss mir bei einem anderen... Weißt du noch die Dinger, aus denen, äh, aus denen meine, äh, meine Hüpfburg war? Ja. Ja, daraus hab ich mir was, einen Senkrecht-Starter gebaut, der mich fast 300 Blöcke in die Luft gejagt hat. War ganz cool. Hast du schon mal gesehen, was man, ich glaub, ich glaub, das geht nur bei 1.8. Mit Vanille 1.8 jetzt mit dem, äh, Schleimblöcken und den Pistons machen kann. Sticky Pistons? Ja, Sticky Pistons und normale Pistons. Man kann sich jetzt Redstone-Autos bauen, die aber nur in eine Richtung fahren. Nein, echt? Doch, es gibt auch einen, der hat einen riesigen Roboter gebaut, der durch die Gegend läuft. Ja, das hab ich schon gesehen. Ist das auch damit? Ja, das ist auch mit diesem Prinzip. Also ich hab das Einzige, was ich gemacht hab, ist mir ein kleines Redstone-Auto gemacht. Aber das war's dann auch schon. Das ist natürlich echt sehr, sehr interessant. Das ist auch Iron Ore. Ach, das ist Dust. Ja, aber das ist, das ist dein Mist. Ja, der lag hier noch in der Kiste. Pack's mal, das ist ja letzte Stufe, Dust. Das kann ja schon in die Schmelze. Nein, das ist nicht letzte Stufe. Dust. Achso, Dust hast du. Ja, doch, Dust ist, äh... Da hab ich gerade eben, hatte ich ja noch Sand und dann hab ich das, äh, jetzt durcheinander geschmeißt. Do you know what I mean? Aber guck vorher, ob sie... Ja, ist okay. Da ist ja Milly, 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 Milly. Nö, ich glaub nicht. Achso, das ist Alumid. Ja, Alumide, genau. Wie viel, wie viel macht das? Vier Attack Damage. Genau. Das geht so nicht. Meins hat fünf. Ich hab bei Schneckball gesehen, das macht sechs Grundschaden schon. Ja, das ist alles, ist alles richtig. Aber... Aber... Ich hab ein bisschen Angst. Nee, nix Schlimmes. Mami, hilf mir. Los, schmelz schneller. Ich mach... Was soll ich... Ich mach mir ne Axt, nehm gleich noch ein paar Samchen mit. Ähm... Die Axt mach ich aus Plutonium, Inglitz. Nee, Quatsch. Ähm... Bitte? Nein! Quatsch, sie hat Kerlenergie entdeckt. Die Welt ist verloren. Ich hab mal den Bilderswand behalten sollen, ne. Aber der ist hier in Skys... Skys vielleicht, in Agrarian Skys ja recht einfach zu bauen. Angeblich. Mach dir doch einen. Hol dir acht Diamanten, mach das Ding in die Mitte und dann hast du einen. Ach, acht Diamanten um zu. Ach, dann hab ich das bei mir auf dem Singleplayer falsch gemacht. Hm. Ähm, warum haben wir da gar keine... Die Mutsi is now sleeping. Wir haben... Happy Nacht, die Mutsi. Hm, 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 hm. Wir haben kein Flint. Klar, haben wir Flint. Ach, das sind ja auch schon wieder Vanilletexturen. Aber wie sieht der noch... Der Kinsey ist wieder so blind. Wo ist denn der Flint? Ja, was... Guckst du hoch. 1650 Flint. Ach, du hast das System erweitert, dass der Flint hier reinkommt. Ja, klar, sonst geht da unten noch alles direkt voll. Du bist ja auch keiner. Ja, hast ja recht, hast ja recht. Vor allem hab ich dir das in der Folge erzählt. So gut kommt mir das zu. Ja, ich wusste ja nicht, dass du auch Flint... Ja gut, das ist aber naheliegend. Warum nimm ich so viel Flint da raus? Direkt mal fünf Stacks. Nein. 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 Ich hab ihn in der Hand. Warum kann ich ihn nicht reinpacken? Jetzt hab ich ganz viel. Jetzt hab ich ganz viel. Oh, Mann. Du. Du schäbige Drechsel, du. Bitte? Du schäbige Drechsel, du. Bitte? Dann quillt meine Rotzkiste überall. Oder ich packe sie einfach hier rein. Warum hab ich eigentlich so extrem viel Hunger heute, ey? Bin die ganze Zeit am Fressen wie ein Iltis. Wollen wir nochmal die Patterns? Äußerst merkwürdig. Pattern Tool Rod brauch ich. Ich brauch Pick Axt nicht. Pick Axt Head. Axt Head. Das ist ja wohl für ne... Ich brauch Handguard. Weiß ich nicht. Ich brauch ja nicht mal... Ich brauch ja nicht mal ein Tool bei einem Ding für ne Axt. Kommst du her? Was? Ich komm nicht her, nein. Ich hab Angst. Kann ich... Warum machst du dir eigentlich ne Axt wieder aus Flint? Mach dir noch ne bessere, die flotter ist. Ja, ich könnte mal einen aus Obsidian machen, soll ich? Zum Beispiel. Oder aus... Äh... Bin ich auch ein bisschen länger. Millennium. Klar, wir haben vier Engels. Du brauchst ja nur den Kopf daraus zu machen. Das ist ja das Material, was quasi die Mining-Geschwindigkeit hat. Pick Axt-Cast ist drin. Und dann gehst du dir halt. Bräuchte aber ein Axt. Aber dann... Axt bräuchte ich, ja. Ah, stimmt, ja. Den hab ich noch gar nicht gemacht. Ja, dann bräuchte ich doch mal. Du weißt ja, wie das geht. Ja, eben Steinchen mitnehmen, ne? Haben wir ja noch Steinchen. Steinchen? Steinchen, mach mal Steinchen. Mach mal denn hier mal ein Steinchen, da ist ein Pulveriser. Äh, ein Chest. Da ist Gräbel. Da ist eben noch ein Steinchen drin. Ne, das ist ein Pulveriser noch ein Steinchen drin. Auch nicht. Dann holt ihr doch einfach hier direkt am Steinchen, äh, Steinchen. Steinchen, Stein und Mord. Eine magische Taube schmeiße. Das sind noch 4.096, das müsste man gehen. Oh, ich mach immer den Fehler, dass ich hier ein ganzes Deck nehmen. Das kann ja wohl nicht. Alter, bitch. Dann shifte. Ja, shift. Shift ist die Taste, die ich vermisst hab. Mist. Hätte ich auch mal runterfallen, kann man sagen. Yeah, the server saved the world. Oh, das ist aber nett von ihm. Kein Stone Sharp diesmal. Oh so. Gut. Oh, ich bin well fat. Das hält 10 Minuten an. Sehr gut. Du bist fett? Bin baba fett. Ähm, ja gut. Den Cast. Äh, aber warte noch gerade, bis ich hier ausgewossen hab, ne? Brauchst du Pickaxe noch? Ne, Inglot Cast. Hm, ja, mach's in die Kiste. Gut. So. Ne, Moment, wo ist er da? Also, dann müssen wir erstmal das aus Gold machen, ne? Oder Elektrum. Aber Gold ist ja billiger. Wir haben noch ein Inglot. Elektrum geht nicht. Aluminium, Brass oder Gold. Ich weiß nicht, ob eins reicht. Nein, reicht's nicht. Ein Inglot reicht nicht? Nein. Ich dachte, einer reicht. Nope. Kann's nicht rausholen. Du musst Gold einschmelzen. Na, mach doch nicht weg. Sondern? Ach so. Geh noch Gold einschmelzen. Ja, stimmt. Hast du mal eben mein Hämmerchen? Hast du mal ne Mark? Ne, mein Hammer. Hier kriegst du ein paar Kabels für. Das ist mein Mark. Ich hab's nicht eingesammelt. Mist. Wenn wir einen Contest über Zumüllen machen sollen. Dann sag wusch Bescheid. Ne, ne, danke. Du hast ne bessere Performance im Rechner. Da bist du besser dabei. Äh, Gold. 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 Na, das reicht aber dann auch. Das Gold, der hab ich auf der grünen Wiese. Das Gold. Das Gold hat er aber nie gesagt. Der Gold. Das Halam. Oh, haha. Ich hatte schon richtige Entziehungserscheinungen von Sky Solated. Echt? Oh, du hast mich vermisst. Gib's zu. Ja, hab ich wirklich. Oh, jetzt sind wir ja... Ich habe wirklich diese einsamen Mond- und Donnerstage mit dir vermisst. Einsam? Okay, hätte ich jetzt ein Wort, in dem zwei Kerle vorkommen, die sich abends treffen, das Wort einsam nicht benutzt, wäre es vielleicht besser gewesen. Hm. Ja. Vielleicht. Hm, naja. Man weiß es. Fürs nächste Mal weiß man das dann. Ja. Gleich kommt der Drache. Der Drache? Okay. Ich bin Gold am Klopfen. Oh ja, ich seh's. Unser Diamanthammer ist übrigens fast kaputt, ne? Aber wir können ja neu machen, also, ist ja nicht... Ja, aber der hat dann kein Fortune mehr. Der ist ja sowieso nicht. Doch. Der hat kein Fortune. Doch. Nein. Der hat doch Fortune. Nö, würde ja dran stehen, stehe aber nicht dran. Ach stimmt, wir haben hier beide schon unsere Fortune-Hemmer verloren. Jo. Jo. Du beim Trampolin spielen und ich beim Amaranthro. Ich würd's wieder tun. Ich würd's wieder tun, sagt er, geil. Ja klar. A Crushed Gold Ohr passt auch rein, sehr gut. Habe ich jetzt mal mit reingehauen. Hm, verschwenden. Ähm, Moment, was wollte ich denn noch? Samen, Samen. Ich muss... Oh, ich hab übrigens letztens was ganz Wichtiges noch gesehen. Das muss ich direkt mal hier noch beheben. Wir haben nämlich wieder zwei reife Ender-Lily-Seats. Ja. Und ich hab ganz vergessen, die wieder abzubauen, also abzuernten und neu zu pflanzen. Bauer Kinsey am Berg. Na, komm runter mit dir. Jetzt ist bestimmt noch hier was drin. Nee, nichts im Vakuum, ob er gelandet hat. Das ist ja mal was ganz Neues hier. Redest du von deinem Kopf? Das war nur für dich. Du bist du ein ekelhaftes Schweine in der Aufnahme. Das war nur für dich. Ja. Ich hoffe, es ging ganz tief in dein Ohr hinein. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Was können wir denn nochmal? Oh, dieser Redstone-Fuhrness ist so lahm. So lahm! Oh, war das laut! So laut! Du hör mal mit deinem Penner im Bus. Oh, was war das laut! So, das müsste reichen. Ah, du musst das Video mal verlinken, damit die Leute das auch verstehen. Ach, das kennt doch bestimmt schon Gott und die ganze laskische Menschheit. Ich weiß nicht, ich war mir dessen auch nicht mehr bewusst. Was ist denn überhaupt mit der Kiste hier los? Die hat voll ein Stehen, den Deckel. Boah, geil! Ständer-Kiste! Ja, und? Ständer-Time! Ich hab ihn zugemacht. Oh, wir müssen Abmord machen. Wir haben nur noch 20 Sekunden. Hör auf! Machst du oder ich? Vielen Dank fürs Zuschauen. Schau doch morgen wieder rein, wenn's heißt Sky-Solated mit dem Kinsey und dem Nutoka. Und ja, tschüss! Tschaußen!